hi leute herzlich willkommen zu meinem nächsten let's play vom spiel setters a factory ja wie ich bereits im letzten let's play gesagt habe das war die folge 174 das wird das hier nicht dauerhafte let's play serie sondern ich werde einfach nur immer zeigen wenn ich jetzt irgendwie einen großen komplex fertig gemacht habe dann werde ich dennoch noch mal präsentieren und anschalten und zeigen was der macht oder produziert genau und jetzt hier beim zweiten video von der aluminium baren produktion aber nicht direkt bei aluminium baren produktion sondern bei einem zulieferer und zwar das letzte video war quats und teil 1 und jetzt ist quats jetzt ist quats und nummer zwei oder teil zwei wie es genannt habe genau ich bin hier bei der high speed anschlussfabrik wenn man oben machen kompass und schwer erkennen kann hier sind es etliche bahnstationen und hier ist die quats sand fabrik sind zwei tasche das sind 61 fabrikatoren ein großteil der großteil dieser fabrikatoren produziert den quats und hierfür diese high speed anschlussfabrik und der rest oder ein geringerer teil sagen wir es mal so nämlich irgendwas aufgeschrieben 800 810 einheiten gehen über diese zwei förderbänder hier rüber und dann hier vorne über diese zwei lüfter nach oben ne halt tschuldigung Sekunde wie war das jetzt diese zwei waren es glaube ich oder 1 2 genau diese zwei waren es diese zwei lüfter kommt jetzt nach oben und diese zwei lüfter hinten ne ja die sind dazu da dass der zug den kalkstellen mitbringt denn auf der rückfahrt zur aluminium bahnproduktion fährt er nochmal bei einer anderen bahnstation vorbei und holt dort kalkstein ab die kalkstein liefert er hier über das band hier zu diesen lüft ja wenn wir unten sind gehen wir runter geht es nicht rauf und drüben hier ins gebäude rein genau ja jetzt ich gehe am besten jetzt hier mal nach oben ja logischerweise wird es jetzt nacht also hier wird das bisschen aufgesplittert das ganze also hier kommt der kalkstein rein geht einerseits hier auf diese etage und dann über diese lüft nach oben in die andere etage genau hier werden jetzt die ganze quart sand einheiten zusammengeführt gehen hier nach vorne von dieser ersten etage das meiste material also wirklich das meiste material hier stehen 31 fabrikatoren auf dieser etage ich habe 28 oder sowas 28 oder 29 fabrikatoren beliefern hier drüben quasi diese heißbieder und schlussfabrik genau und der rest geht dann zu der bahnstation genau so richtig richtig cool auswendig auch hier oben mal kompass sieht man das ganz gut heißbieder und schluss schrägstrich aluminium baren fabrik quarz sand also hier der komplex versorgt beide fabriken und deswegen habe das auch so so benannt das ganze genau dann halt kann man hier nach oben gehen oder eine treppe eingebaut genau hier ist keine treppe eingebaut könnte doch schnell machen oder hier können wir schnell eine treppe einbauen quasi sekunde man schon hier eine treppe was nicht so geplant geht es sich jetzt so her und dann hier eine gewick rampe nach oben geht es hier rein das sind wir nämlich heute immer dann sind gerade geschaden und wende immer hier rein sehr schön bei nachts sind natürlich noch ein bisschen geil aus hier mit dem ganzen roten lampen natürlich bei tag ist das noch schöner wenn hier bisschen licht doch die fenster anscheinend nicht nur die die fenster an der seite sind auch hier dachfenster eingebaut direkt über den fabrikatoren ja beim das ganze mal anschmeißen und zwar sie würde rausgehen hat würde keine tür ja hier kommen wir können wir schicken wirklich nicht so oft hier deswegen war das jetzt auch nicht so wichtig dass unbedingt eine tür ist und zwar das folgendermaßen gemacht einmal hier kann ich die heißbieranschlussfabrik anschalten die springt dann an produziert dann heißbieranschlüsse beziehungsweise hier kann ich die quaz miner anschalten weil sonst hätte ich hier während der bauphase immer quaz im inventar gehabt und ja jetzt ging halt nur bis daher und haben wir noch ein bisschen was umgebaut Quaz wird dann hier rauf gefördert hier rüber hier entlang hier entlang und geht dann hier ins gebäude rein beziehungsweise geht über diesen luft dann in die zweite etage rauf genau hier die 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 wo ist denn die sekunde kurz mal schauen kompass genau oben das ist angezeigt platinenfertigung genau die braucht auch noch quaz und der quaz und für diese anlage wird in diesem gebäude produziert deswegen das ist auch hier einmal abgezweigt geht hier runter und dann hier über den luft nach oben und dann hier rein das war schon vorher so und das habe ich dann einfach auch gelassen weil das ist eh schon eine bestehende produktion die funktioniert warum soll es nur am abreißen und dann noch mal irgendwo anders aufbauen einfach abgezweigt und habe auch hier mir ein paar anlagen gespart genau wenn man sagen schmeißt mir das ganze mal an genau das ist das moment dass hier der quaz kommt stehen hier oben genau hier oben an kompass benannt das ganze und zwar hier hochquaz rest 450 rest herrschen das ist schon 450 rest ja stimmt schon stimmt schon weil ich brauche nicht ja ich brauche doch schon vieles aber nicht alles um sind zwei meiner so ist es genau zwei meiner sind oben die den quaz fördern und wegen der auslastung was ich hier maximal brauche deswegen bleiben 450 insgesamt übrig genau strömt das zeug also das quaz dementsprechend hier in die anlage rein man sieht auch hier zweiter luft wird auch genutzt hier geht es zwar gleich nach oben das heißt hier die heiß bürger schlussfabrik auch mal schnell anschmeißen damit schon der ist die komplette auslastung sieht die werke nicht schlecht schaut mit der mensch an hat genau ok 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 strom geht nach oben klar man hört hier die raffinerien laufwand hier der quaz sand für die platinenfertigung wird auch gleich genutzt und jetzt sind wir in dem gebäude sekunde kurz mal schauen genau hier der kalkstein hat sich schon komplett verteilt das überall theoretisch an können eine idee hat hier der kalkstein der konnte gar nicht von hier vorne von der station sondern der kommt über der über die bahnstation ja und das ist jetzt das nächste ja kurz darüber genau denn dieser zug hier transportiert den quaz an zweck beziehungsweise bringt den kalkstein und deswegen würde ich sagen fahr einfach mal eine runde mit dem zug mit genau der fährt hier als nächstes zur ab fabrik also zur aluminium baren fabrik dann holt er einen kalkstein und dann fährt er wieder hier hier genau ich nutze einfach mir die gelegenheit und fahr mit und ja jetzt sind wir uns gleich wieder bei der haltestelle wo er den kalkstein abholt so der zug fährt jetzt hier in die bahnstation wo der kalkstein letztendlich abgeholt wird ein bekommt seine erste lieferung ersten transport wäre man für kalkstein hier rechts wird überholt von anderen zug müsste linie 1 sein glaube ich genau das ist ja linie schlecht sie begann schlecht weil ja der zug noch nicht so weit durch die bahnstation gefahren ist gleich wenn er weiter fährt dann sehen wir welche linie das ist müsste linie 8 sein genau zwei container bekommen sehr gut so gefällt mir das genau der miner der steht hier rechts kalkstein rein rest 420 einheiten genau nach unten ziehen wir das förderband sehr schön und da strömt sofort wieder kalkstein noch der zug hoppla ist ein anderer zug unterwegs hier geht es zu wahnsinn also mein zug fährt er sich runter zur bahnstation und lädt dort den kalkstein gleich ab der wird dann sofort eingefördert in die anlage wird sich dann dementsprechend verteilen so wie gestern bei der anderen quarzaunfabrik und dann können wir die anlage schon anschmeißen ehrlich können wir es auch gleich anschmeißen aber ich mache es lieber so dass erst mal ein bisschen was im system drin ist und dann ich die anlage anschmeißen also tut sich das ganze auch wieder ein bisschen leichter so noch ein stück noch ein stück noch ein stück genau halt äh nee du machst hier nichts die muss es gleich löschen aber eigentlich eigentlich ist es egal weil der kann sowieso nicht oben abgeladen werden bei der aluminium baren fabrik weil ich die bahnstation umgestellt habe auf b laden nicht auf entladen kann es viel weiter 44 kann es raus sehr schön hier ist was drin oder ist nichts drin ist auch nichts drin ok genau das fährt weiter wird er es wie gesagt hier kalkstein mitnehmen geht aber nichts äh Quarzsand Quarzsand mehr nicht genau hier ist das kalkstein unterwegs geht jetzt nach hier oben immer wahnsinn strömt hier bloß so rein verteilt sich auf alle anlage mit sich auf diesem band staut dann weiß anschalten die anlage dann das ganze einsatzfähig kurz erwarten es ist mehr das heißt dass hier vorderen bereich wurde ich im oberen bereich genau schon voll ok 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 jawohl 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 sehr schön sehr schön so gefällt mir das und jetzt können wir uns anschmeißen Quarzsand produktion startet ok jetzt strömt logischerweise auch wieder Quarzsand nach ist klar genau hier die anlagen werden jetzt erstmal richtig gefüllt hochquarz ja wird verbraucht ist ja schon also lang alles grün ist passt also ja ist eigentlich alles grün hier oben ist gerade kein rohquarz unterwegs das heißt dass hier die vordersten anlagen erst mal befüllt werden genau sieht man auch hier das ganze aufgeteilt erst wenn hier eine anlage voll also komplett voll ist die ist komplett voll sehr gut dann erst wird die nächste komplett gefüllt beziehungsweise die anderen werden nebenbei ja auch noch gefüllt dass das passt schon so wird fleißig produziert ist alles gelb ok das heißt dass hier eine ressource nicht ausreichend vorhanden ist ja der Quarzsand geht hier rüber geht hier entlang und da vorne dann in die produktion rein da können wir gleich einmal rüberschauen der Quarzsand geht hier rüber hier runter hier rüber können einmal hier so einen kleinen knick druck mich mal hey komm hier nicht durch doch jetzt genau ich gehe wahrscheinlich auch hier oben aber hier vorher kommt der Quarzsand rein wird die dem sprech dann aufgeteilt aber wie man sieht es ist noch zu wenig immer so zwei 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 ja jetzt sind es schon drei 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 ok 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 wird schon ein bisschen mehr weil er diese anlage braucht 750 einheiten quarzsand hat das schon mal eine menge schon mal eine menge genau also nicht warum wir das hier wieder so gebaut habe hier geht es wieder so zurück dann können wir das die ob preis so würde eigentlich nur einen weiteren ausgang simulieren es kommt hier rein geht hier auf ja es passt schon so es geht eh wieder ein kreislauf rein wird eh ein bisschen mehr produziert das wirklich gebraucht wird naja naja also läuft noch nicht ganz so richtig die anlage vielleicht wäre es doch mal hier schnell umbauen also das pferdeband weg hier den fusionärter weg hier den lüftnummern neu setzen weil der hat logischer also dann auch einen anderen anschlusspunkt und halt splitter splitter genau das gleiche drüben genauso ist genauso gemacht so komisch nee 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 das passt schon so das passt schon so sagen ich immer schnell wieder hier rüber hier der quarzsand für die platinenfertigung das staut sich schon das klar weil momentan ich keine platinen verbraucht werden genau der teil geht hier zur bahnstation runter sind hier noch sehr sehr viele anlagen gelb sehr sehr viele wenn wir sagen wir hier einen kurzen cut und sehen wir es gleich wieder wenn hier alles auf 100% läuft also alle anlagen ausgelastet sind und ja das wird es nicht hoffentlich also nicht auch so lange dauern man glaubt es kaum aber es ist vollbracht es funktioniert ja alles alle anlagen bekommen jetzt wirklich genügend ressourcen dass sie ununterbrochen produzieren können ja schon mal schnell eine andere etage hoch halt sekunde sekunde halt hoch jetzt hier genau waren sie was hier einheit unterwegs sind ok kurz hat sich mal das ganze hier in der bahnstation gestaut deswegen ist es ein bisschen mehr unterwegs als normalerweise aber muss ich gleich wieder beruhigen auf jeden fall ist ja wirklich jetzt genügend drinnen und so kann man glaube ich auch ganz gut damit arbeiten und ja das ganze hat jetzt drei in game tage gedauert ja ich hatte einen kleinen fehler eingebaut und zwar das förderband was den rohquarz bringt von hinten da war ein lift mk4 statt mk5 als andere mk5 würde der lift war mk4 deswegen kam auch da viel zu wenig an und deswegen hat es am anfang ist gar nicht funktioniert aber ich habe den lüftern einfach geupgradet und dann hat alles funktioniert sehr schön genauso funktioniert hier auch als sie dir was hier unterwegs ist wahnsinn hier unten turbodraht hier gehen vier bänder turbodraht rein vier bänder dann hier einmal das band mit den platinen dann hier die pferdebänder mit dem quats sand absolute wahnsinn und es funktioniert würde ich sagen wir sind ein gutes plus hier drin also wenn hier 50 quats sand erreicht werden dann produziere ich schon mal einen leichten überschuss also wenn 51 sind dann produziere ich einen überschuss wollte ich sagen aber schaut ganz gut aus 51 jawohl das wird auf jeden fall mehr produziert als verbraucht wird sieht man jetzt und 55 sehr gut sehr gut das reicht für eine nächste einheit so gefällt mir das so gefällt mir das auf jeden fall werden hier wie viel heißt beschlüsse wenn er produziert 60 heißt wieder anschlüsse werden hier pro minute produziert keine ahnung für was sie noch brauchen kann die damals für die super computer oder motor motoren irgendwas eingeplant egal 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 ist auf jeden fall sieht schon mal sehr sehr gut aus was hier unterwegs ist wahnsinn wahnsinn hier wird alles in die bahnstation rein geführt hat hallo jetzt so anzeige fehler sehr schön sehr schön schauen wir noch mal schnell in andere etage rauf und dann war es das auch also es funktioniert alles es funktioniert alles bis auf das eine förderband ja okay das war ein leichtes fehler aber von den berechnungen her hat wirklich alles gepasst man sieht auch hier quarts staut sich hier kalkstein staut sich also das heißt dass auf jeden fall ähm genügend ressourcen vorhanden sind hier staut sich auch ein bisschen ja es glaube ich hier noch ein bisschen was dazu kommt hier ist im café und hier ist auch im café wir können ein paar einheiten dazu deswegen staut sich ein bisschen zurück dass klar weil hier auch immer noch alles so voll ist genau sehr schön sehr schön dann würden wir sagen was ist für diesen für dieses let's play vielen dank fürs zuschauen und auf jeden fall unten in der video beschreibung jetzt auch noch mal wann welches video kommt von der aluminium baren fabrik serie nenn ich mal das werden vier videos und das ist video nummer zwei folge 175 insgesamt ähm und als nächstes geht es dann ins eingemachte geht es zur aluminium baren produktion und da schmeiße ich die anlage mal an und da bin ich mal gespannt ob auch wirklich alles funktioniert das könnte vielleicht ein bisschen längeres video werden was ja doch ziemlich komplex ist das ganze ähm ja übrigens 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 hier werden 1600 quad sand produziert also rein rechnerisch oder kannst du mal schauen was haben wir hier 11,25 haben wir 11,25 mal 61 ne falsch entschuldigung 26,25 falscher fehler genau äh 1600 quarz 161,25 quarz sand werden produziert das ist schon mal sehr gut sehr gut sehr gut ja weil 1590 oder sowas brauche ich also 11 einheiten mehr ist es nicht so viel aber wie man sieht reicht es aus es wird ausreichend und zwar jetzt schon genau also nochmal vielen dank fürs zuschauen und ja dann sehen wir uns beim nächsten let's play von der aluminium baren produktions fabrik serie wieder äh also wie gesagt wann welches video kommt äh seht ihr unten in der video beschreibung also das nächste kommt dann am 10. oder doch 10.7 also macht es gut bis dahin ciao 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 Vielen Dank.